Willkommen zurück Leute hier bei Let's Play Devil May Cry, Auftrag 18, Zauberstein Elixier, aber erstmal natürlich eine Cutscene, da wir jetzt beide Steine haben, haben wir das Schlüsselamulett, die Kombination aus dem Anhänger Dantes und dem des schwarzen Ritters, damit erhält man Zugang zu Unterwelten, oh wow, was ein Glück, dass wir das gerade bekommen haben, just saying. Also bin das jetzt mal nicht, ich habe die Power, Macht, Kraft, wie auch immer, ist dann weiß ich auch nicht. Wir erhalten ein Schwert, was so Kalibur ebenwürdig ist, beziehungsweise Soul Edge. Im Prinzip ist es so wie Soul Edge, wenn ich so drüber nachdenken kann man. Äh, Sparda, die wahre Form des Heldenschwerts mit dem Sparda, der legendäre schwarze Ritter, gekämpft hat. Und ja, dieses Schwert hat einiges zu bieten. Ich habe ein bisschen davon, dass ich keinen Doppelsprung mehr habe. Ihr habt verlängerte Kombi, ich wollte da gar nicht rein, danke. Aber passt schon. Aber ja, verlängerte Kombinationen, Sensen, also ich finde es klasse. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwas rausführen kann. Das ist zum Beispiel die Sensenform. Nein, das will ich gar nicht. Aber ja. Ich bin nicht ganz so gut da drin mit dem Schwert, weil man es auch erst spät kriegt. Und ja, dementsprechend habe ich wenig Zugriff auf die Waffe und benutze sie selten. Wer hätte es gedacht. Yay, lauter kleine Ops. Lauter kleine Ops. Achso, das ist eine Lampe. Ah, danke. Schön, dass man hier unter Wasser keine zeitliche Begrenzung hat. Finde ich immer sehr schön. Sehr angenehm. Ich arbeite unter Druck nämlich sehr schlecht. Und ohne zeitliche Begrenzung habe ich keinen Druck, also kann ich schwimmen, wie ich möchte. Da das hier eh mehr oder minder ein Labyrinth ist. Ich glaube, das war mal eine Küche hier. Eine Küche mit so einem Teil, mit dem man einen Schwerverbrecher festhält. Aber Küche, nichtsdestotrotz. Aber Küche, nichtsdestotrotz. Ich spawne mich in dem Arsch. Alles klar. Sorry, dass ich solche Ausdrücken verwenden muss, aber mal ehrlich. Das war doch jetzt mitten gerade in so einem Krieg drin. Bleib weg. Oh, ich hasse den Gegner. Oh. Magisches Wasser. Ich bin mir aber ziemlich sicher, ausnahmsweise bin ich mir gerade ziemlich sicher, dass hier ein blauer Orb ist. Oder ein blaues Fragment. Ich bin mir einfach nur so vermutungstechnisch sicher. Das klingt doof, ich weiß. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier noch ein blauer Orb ist. Oder ja, gut, hier ist jetzt eine Menge rote Orbs noch, aber... Ja, und du hast auch schon mal bessere Tage gesehen, mein Freund. Na gut, dann ist hier eben nichts. Ich hatte nur irgendwie sowas in... Ja, so ein Gefühl, aber... Hier kam man nur her, mehr oder minder. Nee, jetzt sind wir auch mal reingegangen. Hier kam man rein. Naja, gut. Fein, genug Zeit verschwendet. Das ist ja auch nochmal sowas, was auf meinen Rang immer Auswirkungen hat, aber trotzdem. Ich wollte jetzt sicher gehen, dass hier nichts war. Ich habe halt sowas... Ah, eigentlich schon wieder. Ich meine, die sind einfach zu gewinnen. Vor allen Dingen, da die Unterwasserkanone so schnell schießt, da merkt man gar nichts von. Also nix mit nachladen. Einfach nur schießen und gut. Wir haben da gerade wieder einen Neuer aus dem Boden. Oder sah das nur so aus? Oder war das Schere? Ich glaube, das war die Schere. Ah. Naja, gut. Bevor ich jetzt hier weiter Zeit verschwinde, raus aus dem Wasser. Ne. Das war so nass. So nass. Moment, da war ein Statum. Okay, fein. Da waren trotzdem Statum. Ah. Okay, was? Bitteschön, wir wichst dann. Au, du flutest alles. Na, grandios. Können wir auf jeden Fall nach oben schwimmen. So. Ja. Nein, 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 nein. Nein. Dammit. Was ich gerade bräuchte, wäre... Lass mich nach meinen Doppelsprung. Den könnte ich jetzt hier gerade gut gebrauchen. Okay. So. Aha. Das ist ja doch gar nicht... Wow, 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 wow. So schlimm, dass ich meinen Doppelsprung nicht mehr habe. Fein. Ich verzeihe dir, das Spiel. Eides Philosophen wird häufig in der Alchemie verwendet. Schön. Freut mich, dass es in der Alchemie verwendet wird. Aber ja, wir wissen ja, was wir machen sollen. Wir sollen ja ein Zauber-Ei herstellen. Könnte ich eigentlich mit dem Ding noch... Ne. Das ist auch so ein... Kleiner... Richtig blöder Nebeneffekt momentan. Wir können mit... Der Waffe Sparda... Sparda... Können wir leider kein Devil-Trigger nutzen. Und ja, ähm... Ich glaube, das Kampfgebiet verrät schon alles. Wir kämpfen gegen einen Schatten. Nein, nein. Ähm... Hier werden wir wieder auf Nightmare stoßen. Und ich finde es... Echt schade. Weil die Waffe macht guten Schaden. Aber ich kann mich nicht verwandeln momentan. Das gefällt mir nicht. Deswegen wechsle ich jetzt erstmal wieder für den Kampf auf Allas Tor, weil... Äh... Lieber kann ich mich verwandeln als nicht. Hier ist eine Inschrift. Und jene, die die Wahrheit aussuchen... Aussuchen... Nein, Quatsch. Suchen mögen das Ei in den Kopf legen und das langsam und berutsam werden. Es wird sich in einen blauen Stein verwandeln und auf den unsichtbaren Straßen weithin sichtbar sein. Die Umwandlung könnte eine Weile dauern. Ja. Genug, dass wir einen Bosskampf machen können. Genau. Gute Lösung spielen. Hätte mich sonst gelangweilt. Echt, ey. Wenn ich mich recht entsinne, dann hat Nightmare jetzt auf jeden Fall... Ähm... Die Verletzungen, die wir ihm zugekriegt haben, auch für den letzten Kampf gemacht. Sprich, die Orbs sind so und so stark beschädigt. Und so weiter und so weiter. Finde ich ganz cool. Das gibt dann das Gefühl, dass es wenigstens irgendwie Sinn macht, dass er öfter auftaucht, weil man ihm... Äh... Nach und nach Schaden macht. Und nicht, äh... In jedem Kampf komplett verliebt wird. So wie es eigentlich den Anschein hatte, zum Beispiel bei... Aua. Bei Phantom. Bei dem greift jetzt vielleicht weniger. Aua. Was hat das nicht getroffen? Keine Ahnung, was mich getroffen hat. Aber ich hasse, wenn ich keine Ahnung habe, was mich getroffen hat. Was hat das nicht getroffen hat? Ja, damn it. Ja, ein A. Das ist Style. Die Nightmare lösst du nicht auf. In der Zeit können wir den Linken-Schalter aktivieren. Ja, Mann. Nightmare. Bomb bewahren, mein Freund. Bomb bewahren. Bomb bewahren. Damn it! Bester Schutz dagegen. Der wird schon da, ja. Was war das jetzt? Hat sich irgendwie die Beleuchtung hier geändert? Also irgendwie so ins Negative, ins noch dunkler als eh schon? Oder kommt mir das nur so vor? Oh nein. Schüsse. Das ist aber ein ganz schön großes Ding des Todes, da noch. Naja, scheinbar fliegt sie mit meiner Equip für den Ding des Todes aus dem Weg nun mal auch ganz gut, oder? Äh, gefährlich. Nicht schön. Um es mal so zu sagen. Achso, der Cat ist gar nicht kaputt. Bitte? Was verletzt mich da jedes Mal? Wenn er den Cat auspackt? Ich würde es mal gerne wissen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich kriege nur immer Schaden. Das ist irgendwie doof. Das ist zum Glück nicht viel Schaden. Das ist nur... Das ist Schaden. Äh. Kamera, danke dir. Ja. Das ist eigentlich nicht von dir. Ja, trotz allem. Wieder Schaden. Ich habe diesmal eine Ahnung. Yeah. Irgendwie sieht Nightmare so leicht katschig aus. Kann das sein. Oder kommt mir das nur so vor? Ich habe keine Ahnung. Ja, das macht nur für dich, Philosophen. Ein Rutsche, du mal schön in der Flamme, während ich hier mich Monstern stelle. Oder wie ist es ein Monster? Antipode, ja. Okay, egal. Nightmare ist besiegt. Ich kriege nochmal schönen Schaden. Fast schon. Die Umwandlung könnte eine Weile... Die Umwandlung ist vollendet. Ja. In meinem Kutflur liegt das Echo einer rätselhaften Stimme, die aus dem verwandelten Stein zu mir spricht. Ich bin der erste Schlüssel für das Tor zur Unterwelt. Der zweite Schlüssel liegt in der Spiegeldimension. Elixir, die metamorphe Form des Ei des Philosophens. Sie können den Fluch eines Spiegels aufheben. Oder in unserem Fall des Spiegels. Dieses einen Spiegels. Neun Minuten. Beran, passt schon. Akzeptiere ich. Akzeptiere ich. Was ist denn der nächste Auftakt? Erzähl es mir mal, Spiel. Was kommt denn da? Ist das einer, den ich in... Acht Minuten erledigen könnte? Öffnen Sie das Tor zur Unterwelt. Könnte klappen. Wenn ich drüber nachdenke. Ja, wie ihr gerade mal auf die schnelle Menü sehen konntet. Sparda ist keine Waffe, die man mit Upgrades verbessern kann. Leider. Finde ich ein bisschen schade. Wäre ganz cool. Aber gut. Gucken wir mal, ob ich das jetzt noch hinkriegen kann. Ich weiß es nicht. Wenn nicht, dann habe ich wieder so ein Überlängepart, was ich eigentlich auch nicht unbedingt möchte. Aber naja. Jetzt muss ich überlegen, wie kam ich denn da hin? Nicht hier lang? Das ist jetzt wieder die Sache mit diesem Spiegel-Dimensionsgedöns. Aber ich glaube, das müsste eigentlich schon hier gewesen sein, dann. Ja, so hell. Ah, Gott. Ah, nein. Das Elixier reagiert sehr stark auf das andere Gemälde. Wundert mich nicht. Da will ich auch hin. Da ist ja dieser... Absolut böse Spiegel. Vielleicht liegt hier auch nochmal ein Item rum, aber... Na, sieht nicht so aus. Ich glaube, irgendwann lag mal was unterm Bett oder so. Ich kann es aber auch gerade mit einem ganz anderen Spiel verwechseln. Naja. Der Spiegel reagiert auf das Elixier und das Spiegelbild wird immer unheimlicher. Weil es Wellen schlägt. Ich finde Wellen auch gruselig. Achso. Ich sollte vielleicht auch mal... Was tun dann? Oh, Gott. Das ist also die dunkle Dimension, ha? Es kann auch sein, dass das diese Welt war, in der dann... Oh, Gott. Da kriege ich irgendwie Krebs in den Augen. Ehh. Das ist in dieser Dimension, was da drunter liegen muss. Ich glaube nämlich, hier kann man auch nochmal... Die Nightmare-Waffe finden, sollte man sie verpasst haben. Habe ich zumindest gerade irgendwie so in Erinnerung, aber... Das... Oh, Gott. Stein des Philosophen. Der Schlüssel, mit dem sich das Tor zu Unterwett öffnen lässt. Ich dachte, dafür brauchen wir meinen... Achso. Ne, doch. Nein. Oh, die Viecher. Die Viecher sind im Großen und Ganzen ganz lustig. Mit jedem Treffer schrumpfen sie. Und bei genügend Schaden werden sie eine Maske aufsetzen. So wie dieser hier. Diese Maske macht sie auch, wenn man das hier in der Katze vielleicht ganz so gut erkennt. Aber sollte man jetzt eigentlich schon. Es macht sie größer, angriffflüssiger und stärker. Und, ähm, ja, das ist dann der Punkt, wo ihr dann sagen solltet, ich faue lieber ab. Zumal die ja dann immer meinen, hä, ich achte jetzt drauf, ich schaue ihm mal den David-Trigger. Was ich auch gerne habe. Ja, der Tod, der Tod. Ich glaube, bei dem einen ist die Maske gerade geplatzt, deswegen ist er wieder geschrumpft. Ich glaube, das war's. Nein, der, der lebt noch. Ich meine, diese Säure oder was auch immer das ist, die sie da verspritzen beim Sterben, kann euch noch schaden. Also würde ich empfehlen, nicht direkt da hinzugehen. Ist keine gute Idee. Würde ich, würde ich nicht tun. Aber ansonsten, ganz ehrlich, die Gegner mag ich. Die sind stark, die sind nervig, aber irgendwie, ich mag sie. Keine Ahnung. Verkehrte Welt mal wieder. Im wahrsten Sinne des Wortes, nachdem wir eh schon hier in einer Teufelsdimension gelandet sind. In der Dimension des Bösen. Ist nichts noch. Immer noch nichts. So viel Weg für nichts. Aber lass mich raten, hier oben ist nichts mehr, ne? Also so jetzt in der... Oh, da ist noch was. Das Problem ist, für das Ding da links müsste ich jetzt fliegen können, was ich nicht kann. Ja. Meine ich zumindest, dass ich dafür fliegen müsste. Was sagen meine Kugeln? Ich könnte... Die Kugeln helfen mir nicht, falls sie alle so... Oh, meine Güte. Das nenne ich jetzt aber pingelig hier, hör mal. Wie viele Fragmente habe ich denn überhaupt? Zwei oder drei? Wenn ich drei habe, dann werde ich es auf jeden Fall machen. Oh ja, okay. So. Bei der echten Zeitstatue... ...könnt ihr... ...Luftangriff lernen. Steigen Sie in die Luft und greifen Sie mit Stromschlagattacken an. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wie benutzt man das? Ähm... Gute Frage. Nächste Frage. Äh... Nein, nicht mein Auftrag. Ich habe meinen Auftrag nicht vergessen. Aktion. Allerstor. Luftangriff. Drücken Sie während eines Sprungs im Teufeltransformer-Zustand die R1-Taste. Drücken Sie die X- oder Vierk-Taste für Stromschläge. Ja. Könnte ich jetzt machen? Komme ich da noch durch? Komme ich, in der Tat. Also können wir versuchen, diesen blauen Obdach... ...oder dieses Fragment zu holen. Diese Technik, die ich gerade gekauft habe, sollte meiner Meinung... ...oder... Was ist meiner Meinung? Soweit ich weiß, ist das auch die Technik, die... ...gebraucht wird, wenn es darum geht... ...ähm... ...den... ...die andere Kugel zu kriegen. Aber ja. Blaues Fragment und damit wieder eine blaue Kugel voll. Und stylisch aussehen tut sowieso. Aber gut. Haben wir das auch gelöst. Dieses Rätsel rund um das blaue Fragment mitten in der Luft. Das andere Fragment könnte man so auch kriegen. Das heißt, es gibt mindestens in diesem Spiel noch vier Fragmente, die ich nicht gekriegt habe. Dazu kommen nochmal... ...neun... Ich glaube, neun Geheimmissionen, die ich nicht gemacht habe. Ist also noch eine ganze Menge. Äh... ...und jetzt stehe ich auf dem Schlauch, weil ich jetzt nicht weiß, wo ich hin muss. Immer gut, ne? Yeah. Ich habe kein Problem damit, darüber zu springen. Was mich wundert, weil ich oftmals ein Problem damit habe. Der Schwein des Bösen reagiert auf die Macht des Elixiers. Es wird zum Leben erweckt. Weißt du, nein, das soll es nicht... ...aber wir können durch die Pfütze. Hurra! Die Dunkelheit des Bösen grüßt mit weit geöffnetem Mund. Das muss das Tor zur Unterwelt sein. Aufregend. Ich brauche unbedingt den Schlüssel, den Stein des Philosophen. Ja, den haben wir. Den müssen wir aber hier einsetzen. Die Dunkelheit des Bösen grüßt mit weit geöffnetem Mund. Und das muss das Tor zur Unterwelt sein. Aufregend. Wir legen den Stein hinein. Und das Böse öffnet sich. Hinab. Mit uns. In die Unterwelt. Der Auftrag ist erfüllt. Wir erreichen einen B-Rang. Wie immer. Und damit sehe ich euch beim nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Und Tschüss.